Hallo und Meddle Leute, die Ereignisse überschlagen sich beim blauen Klauser wurde von der Polizei festgenommen, da er wieder gegen das Filmverbot verstoßen hat. Der blaue Klaus wollte seine Show vor der Kamera abziehen und den Polizisten umarmen, der den blauen Klaus aber zurückgewiesen hat und sehr laut wurde, da der blaue Klaus sich gegen geltendes Recht in Thailand mehrfach widersetzt hat. Hier ein kleines Update vom Video und viel Spaß. Ja, aber nicht der Polizisten, der mich hier macht. Ja, aber nicht der Ihr Fehl bei mir. Ja, aber nicht der Ihr Fehl bei mir. Nein, es ist alles gut. Ja, aber nicht der Ihr Fehl bei mir. Ja, ja. Ja. Ja, alle eine andere Seite ist, und Ihr. Nein, ich sage... Ja, ich sage, ich sage, ich sage, was ich mache, was ihr machen? Ja, hier. Ja, da geht es nicht. Ich strebe es für mich, für mich oder nicht? Wer ist ein Verlager? Wer ist ein Verlager? Du hast einen Verlager? Für mich? Nein. Du hast einen Verlager. Komm mal. Komm mal. Okay.